Musik Die Suppe kocht. Ja, ja, ich komm ja schon. Aber die Suppe kocht ja von selber. Bleiben Sie da. Ja. Bitte? Nee. Ach so. Wo wohnt denn die? Wie bitte? Wo ist sie wohl? Äh. Mensch, du bist mal ein bisschen verrückt geworden, was? Dir wäre ich ausgeregt, wie er dritte sagt. Äh. Oh, feiner Mann bist du. Wer ist denn schon Ihr Bräutigam, der noch schöner ist wie ich? Paul Hanke. Ach, Paul Hanke, der, das ist der. Ja, das ist der. Das ist Ihr Bräutigam? Ja. Kennen Sie den? Natürlich kenne ich ihn. Das ist doch ein ganz großer Dutzfreund von mir. Ja, ich bin nicht erwischt. Das ist ja mein Quartier. Das ist dein Quartier. Das ist mein Quartier. So? Ja. Na, das werden wir ja sehen. Danke. Vielsehr. Die Herren kennen Sie? Ja, wir kennen uns sehr gut. Also zwei gute Kameraden. Ja, zwei sehr gute Kameraden. Bräulein. Bleiben Sie doch ein bisschen hier, ja? Oh Gott. Was haben Sie für ein reizendes kleines Batschönchen noch so lieb und. Bleiben Sie doch ein bisschen rein, ja? Aber ja, warum denn nicht? Ha, 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 ha. Der ist entgangen. Jetzt gibt es auch jetzt. Bleibste, was macht man denn da? Schnell, schnell, fort, fort. Aber wo hin, wo hin? Durch die Küche. Doch, 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 doch. Mensch, lass doch die Kartoffeln, Fleger hoch. Hey. Sag nicht ja, sag nicht nein, sag vielleicht wirst du mein, denn vielleicht heißt so viel wie ja. Schau, ich weiß gerade wie du, Liebe kommt oft im Nu, ehe du's denkst, ist sie heimlich da. Mädchen. Besten Dank für alles. Besten Dank für alles. Und dann also auf Wiedersehen, ne? Und dann auch auf Wiedersehen und zum Abschied. Jawohl, zum Abschied. Ich bitte, ey, 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 lass dich rasieren, Mensch. Wir sind immer gute Kameraden, wir sind halt zu dir, du bist zu dir. Wir sind immer gut. Wir sind immer gut. Untertitelung des ZDF, 2020